Guten Morgen, liebe Schützenfamilie, liebe Gottesdienstbesucher, es freut mich ganz besonders, dass ihr heute hier seid und mit uns ein bisschen an unser Schützenfest denkt, dass wir ja wie alle anderen Veranstaltungen in diesem Jahr leider absagen mussten und ja, wir wollen einfach nicht die ganze Sache so auf sich beruhen lassen. Ihr habt mitbekommen, in den vergangenen Tagen hatten wir ja schon zwei Autokonzerte hier auf dem Kirmesplatz, ein voller Erfolg, wir hatten richtig viele Besuche und viel Spaß dabei und sind quasi heute am Höhepunkt angekommen, dann ist das Schützenfest auch schon wieder vorbei in diesem Jahr und feiern einen kleinen Gottesdienst mit unserem Präses zusammen und dazu begrüße ich natürlich euch alle und ganz besonders auch unsere Gäste aus Stammheim mit ihrem Kaiserpaar und auch unsere Freunde aus Hohlweide, die wieder in der Abordnung gekommen sind. Herzlich Willkommen! Ja, das war's auch jetzt von meiner Seite. Ich denke, wir fangen dann jetzt an, auch der Regen hat schon wieder nachgelassen und eigentlich waren wir gar nicht angesagt, auch wenn er dringend nötig ist, aber es wird sicherlich jetzt trocken bleiben und wir feiern jetzt die Heiligen Bess. der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne und behüte uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Danke.